Das ist doch letztlich für den Deckbesuch. Ich habe den Deckbewerb. Das war's für heute. 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 I'm the new king on this moon. Das war's für heute. Ich bin der neue König an diesem Modus. Ich bin der neue König an diesem Modus. Oh, das war's für heute. 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 Der Modus kann man so schnell abbauen lassen. Ey, ich hab Leben gefunden. Halleluja! Ich flieg so weit! Nicht nur in die Richtung! Es ist so schwer mit den Teilen umzugehen. Aber im Kampf bin ich damit perfekt. Im Kampf bin ich perfekt. Okay, Grappler! Schuss! Grappler! Schuss! Grappler! Schuss! Und hör mal weiter! Die treffen mich manchmal aber nicht so oft. Bei anderen nicht! Ich wollte mir noch die Kiste in den Knudschock holen. Ich hab immer noch diese strottige gewöhnige Sturmgewehr! Ja! Das hat einen Dominika-Challenge oder so gemacht! Herr Glücklich Dominika! Ich hab alles in den Knudsen. Ich hab alles in den Knudsen. Danke für das Spiel. Ich hab alles in den Knudsen. Ich hab alles in den Knudsen. Danke für das Spiel mit Kids. ... Sonst die ganze Zeit wird nur ein dummen Geflügelchen gewesen. Es ist so fröhlich, in dem Modus brauchst du kaum Metz. Deswegen ist der Modus eigentlich ganz geil. Du brauchst kaum Metz. Du brauchst einfach kaum Metz, du brauchst kaum Metz einfach. Du kannst mindestens nur 200 rufen. Mindestens 200. Und es gibt es manche Leute, die da mit 999 rumlaufen, was aber zu unnötig ist. Es ist so nötig. Ich bin auch die ganze Zeit im Kreis. In der Luft. Das ist so nötig. Ich bin ein Moment. Ich bin ein Moment. Ich bin ein Moment. Geh eyebr немного. Ich brauch keine Maschinen. In diesem Spiel! Ich brauche einfach keine Maschinen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ein bisschen rauszuschreden ich mal auch. Ein bisschen rauszuschreden ich mal auch. Das war's. 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 Das war's.